Ich muss gerade an dieses Zähne denken, wo wir dieser Gretchen waren. Katja. Und Dennis. Boah, Dennis hat auch einen Kuss bekommen. Katja und Larissa. Ja. Also, wir sind auf jeden Fall Sieger der Herzen gewesen. Das zählt beim Rugby nicht. Beim Rugby geht's um das Ergebnis. Wir hatten mehr Punkte, das stimmt schon. Ich sag nur, Cape Town Bulls. Ja, Team Dennis. Aber das war klar. Cape Town Bulls haben uns geschlagen. Deutlich. Basketball-Match bei dir und Eva? Ja, bei dir war es Trampolinspringen. Die Skills auf dem Trampolin, ja. Der Seestern auf dem Trampolin. Das war so lustig, ey. Ja, bei dir war das Basketball. Ja, bei mir war es Basketball und bei dir war es Katamaran. Da bin ich ja schon ein bisschen geschmolzen. Blind Date. Ach, Blind Date. Sorry, ich war schon bei den Dreamlades. Ja, aber auch unvergesslich Trampolinspringen natürlich. Haben Dennis und Rebecca grandios gemeistert. Ich hab mir das reingeschnitten. Unangenehm. Ja, aber es war süß. Es war authentisch. War süß. Mit einem Eiswürfel natürlich. Hm, Eiswürfel natürlich. Extrem angenehm zuzuschauen. In Heather. Eiswürfel wäreig. Eiswürfel. Eiswürfel wäreig. Eine Minute. Der Schaube ist nicht dreht. Der Schaube ist nicht mehr. Der Schaube ist nicht mehr. Er gehts nicht mehr. Aufgericht ist, wir kennen. Na, da ist ein Bild. Er geht für mich. Och Sometimes sie gibt. Vielen Dank.